In der Tagung mit dem Titel Good Practice by Autismus ging es um die Praxisempfehlungen für die frühe Kindheit und das Schulalter. Steff Ellig hat bei den Tagungsleitern Matthias Lütholf und Andreas Eckert nachgefragt, was die wichtigsten Erkenntnisse sind. Matthias Lütholf, Good Practice in der frühen Förderung. Worauf kommt es an? Als Ausgangslage kommt es darauf an, dass man die autismus-spezifischen Besonderheiten eines Kindes früher kennt. Wir wissen, dass Eltern schon mit sechs bis zwölf Monaten Besonderheiten erkennen, diese in einem geeigneten Rahmen auch ansprechen und dort ist es ganz klar eine Aufgabe der Fachpersonen, diesen Verdachtsmomenten oder diesen Sorgen der Eltern wirklich auch nachzugehen. Die zeigen sich einerseits in der Art und Weise, wie das Kind in soziale Kommunikation und Interaktion einsteigt. Das Kind reagiert nicht auf seinen Namen. Das Kind nimmt keinen Blickkontakt auf beispielsweise. Es zeigt sich auch in seinen Verhaltensweisen beispielsweise im Spiel. Ein sehr repetitives Spiel. Das Kind dreht ständig an irgendwelchen Rädchen ist kaum aus diesem Spiel rauszuholen. Das sind so Indizien, die darauf hinweisen, da muss ich nochmal ganz genauer anschauen. Und dann, was ist zu tun? Und dann geht es darum, das Kind sehr genau zu beobachten. Was macht es? Was ist von Interesse? Und an Grundfertigkeiten zu arbeiten. Das heisst, wenn wir über die soziale Kommunikation und Interaktion reden, geht es darum, die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das Kind als Gegenüber wahrzunehmen und in einen Austausch zu kommen. Wie geht es weiter dann mit der Förderung? Dann ist es natürlich so, dass es bei Verdachtsfällen natürlich die Diagnose auch ganz klar braucht, um zu sehen, ist das Kind im Autismus-Spektrum oder nicht. Und das Weitergehen bestimmt in erster Linie das Kind und sein Lernverhalten. Und auf dieser Basis kann ich dann dem Interesse des Kindes folgen, in die Unterstützung der Sprachentwicklung reinkommen, in die Unterstützung der kognitiven Entwicklung reinkommen. Und dies immer in sehr engem Zusammenarbeit mit den Eltern selber. Und auf Seiten der Eltern, was bedeutet das? Dieses feinfühlig auch zuhören, was erzählen mir die Eltern, ist ein erster Schritt. Und dann geht es natürlich darum, den Eltern auch mit den Eltern zusammen sich auf den Weg zu begeben, was ist Autismus? Was ist Autismus bei unserem Kind? Wie gestaltet sich dieser Autismus oder diese Besonderheit im Alltag? Und wie können wir als Eltern befähigt werden, mit diesen Herausforderungen auch gut umzugehen? Andreas Eckert, Good Practice in der Schule. Worauf kommt es an? Good Practice in der Schule heisst, die Kinder mit Autismus besser verstehen zu lernen. Zu versuchen, ihre Besonderheiten im Denken, in der Wahrnehmung besser einordnen zu können. Ein praktisches Beispiel zu sehen, dass Kinder sehr empfindlich bei Sinnesreizen sind. Zu viel an Lautstärke, an Gerüchen wahrnehmen, dass es oft zu eng für sie wird, ihnen hier auch Entspannungsmöglichkeiten, Rückzugsorte zu geben beispielsweise. Wie lässt sich das im Unterricht ganz konkret umsetzen? Unterricht muss teilweise auch durchaus etwas flexibler gedacht werden. Zu schauen, wann ist das Kind an dem Punkt, dass es jetzt einen Schnitt braucht, eine Pause braucht, sich zurückziehen kann? Gleichzeitig bedeutet es für den Unterricht natürlich, dass ich schaue, wie kann ich mich auf das Denken besser einlassen? Kann ich in meiner Sprache bei klaren, einfachen Ausdrücken bleiben? Dass ich versuche, Mehrdeutigkeiten zu vermeiden? Oder sie dem Kind erkläre, wenn es eben eher wortwörtlich versteht, vieles, was wir zwischen den Zeilen ausdrücken, weniger gut einordnen kann. Ein weiterer Punkt ist sicherlich immer wieder an Visualisierung, Strukturierungshilfen zu denken. Kinder mit Autismus sind vielfach sehr visuell wahrnehmende Menschen, sind in ihren exekutiven Funktionen, in der Handlungsplanung teils eingeschränkt und brauchen die zusätzliche Hilfe, die Struktur von außen, die ihnen den Alltag deutlich erleichtern kann. Stichwort Piktogramme, Tagespläne, geht es um das? Das ist beispielsweise ein guter Weg, zu sagen, ich versuche das, was auf das Kind im Schulalltag zukommt, vorhersehbar zu machen. Vorhersehbarkeit zu schaffen, sicherlich ein ganz wichtiges Grundprinzip. Immer wieder eben die nächsten Schritte verdeutlichen, zu schauen, ist die Situation, ist der Auftrag für das Kind klar? Oft reicht eben die verbale Ankündigung nicht, sondern genau da kann ein Planpiktogramm mit Fotos, der den Ablauf der Aufträge, der Erwartungen nochmal bildlich zeigt, sehr hilfreich sein.